Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen, freshen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir Fog-Lift-Simulator. Und ich würde mal gerade beginnen. Ich will im Übungsmodus... Ich bin ja gar nicht fertig. Ähm... Machen wir mal Herausforderung... Fog einfach... So... Was muss ich jetzt hier mal sammeln, Fog? Ich bin geil... Ich bin abgestapelt... Okay... Okay... Was... Was war das? Keine Ahnung... Ich glaube Level... Manövrieren... Ich will eine Strecke... Ich bin gerade im Üben... Ich lerne... Ich gehe abgestapelt... Ihr seid live dabei... Digga... Ich bin genau so... Ich bin zugekommen... Das ist mein Wecker am Morgen... Paletten bewegen, ja, liefere die Palette an den Bestimmungsort, ich habe zwei Paletten. Digger, das ist gar nicht so einfach, okay, jetzt muss ich aber gut sein, so... Sehr clean, sehr sauber, also, ich mache mich einfach mal zum Spass, so eine Runde, so geil, ich bin Kabelstapeler, ich bin Kabelstapeler wahrscheinlich, ja, check, genau, ich bin Kabelstapeler Fahrer natürlich. Ah, ja. Kann ich hier den, äh, ah, jetzt gut. Ah, das ist die, das Auge da, kann ich ein- und ausschalten. Wow, das war das Å ABC cursalht. affecting die Maske zur Seite, aber nicht alles ist's. Der Alla ist um uns in der Sicurkerei zu beher, die ich hier noch nicht sicher sicher bin. DeskNO dig im Kabelstapeler. Auge Mut. OEx mal hier optional. Laut soundtrust vor der vessels nicht in der Maske. 대신 dass er nicht nur die Maske oder die Maske oder die Maske oder mit neuen Helforgen, Diese Es geht genau um Schnelligkeit Tega 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 Was mache ich? Ich bin auf jeden Fall kein guter Gabstabler. Was mache ich? Digga, was mache ich? Was mache ich? Digga aus von der Kamera. Digga aus, Digga. Digga. Es ist belastend. Hilfe. Digga, wie soll ich denn da... Also was abbruch, Digga. Warte, warte. Wie kann man das hier... Ja, Hauptmann, ich bin sicher. Es gibt auch noch eine Karriere, aber ich bin noch die... herausfällt... Machen wir das Tutorial. Easy. So. Jetzt habe ich einfach gar keine Musik mehr drin. Nehmen hier das Lenkrad. Grundlegende Steuerung. Verwende die Pedale um den Gabel. Okay, gut. Steuerempfindlichkeit. Drücke oben auf das Pedal. Ah. Ah. Jetzt habe ich es gezeigt. Das Tutorial ernsther durchspielen. Sondern als nur... Einfach... Ja. Durchspielen, ja. Okay. Auf jeden Fall etwas. Ich... Verwende... Das Lenkrad um den Ding. Also... Ja gut. Da gibt es jetzt nicht so eine... Fork... Was heisst eigentlich Fork... Ah. Forklift Extreme heisst das Spiel. Also das ist ja quasi... Gabel... Also Gabel. Fork. Ja, Gabel. Das ist gut. Besonders gutes Ergebnis. F... Fork... So... Decker... Was muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich hier durch... Und... Ich gebe jetzt ein bisschen mehr Gas... 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 Nicht mehr Gas geben. Weil ich muss hier die Dings machen. Kann ich hier... Äh... Die Musikeinstellungen... Ja, jetzt... Das muss so sein. Paletten heben. Verwendet sie den Hebel, um die Gabel anzuheben und abzusenken. Hole die Palette ab und liefere sie an den Bestimmungsort. Nutze die zusätzliche Kamera, um die Palette verzieste. Aha. Ja... Digga, ich triff einfach das Loch nie. Äh... Wie bitte? Warte mal schnell... Digga, das ist jetzt... Eingegolft! Irgendwie ist es ganz negativ... Behaftet. So... Dann... O... O eingesammelt... So... Kamera... Die Kamera ist ja um die... Okay... Links... Rechts wischen... Kamera drehen... Nach unten wischen... Draufsicht... Nach oben wischen... Isometrische Kamera zusammenziehen... Das ist äh... Kamera... Okay... Ah... Oh shit... Oh shit... Fuck... Oh my god... Ja, teigra... Okay... Sä... Okay... Jetzt... Aha... das bin ich yes Digga Digga Nur noch parken Digga, nur noch parken Digga Wie schlecht bin ich eigentlich? Wie schlecht bin ich? 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 Für ein Gratis Spiel war es wirklich sehr okay Manchmal mit der Steuerung hatte ich ein bisschen Mühe Aber sonst war es wirklich cool Bis zum nächsten Mal Bye 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 Bye